Im vergangenen August waren Vertreter vom Land und der Hansestadt Rostock in Dänemark, um sich zu informieren, wie ein archäologisches Museum aussehen könnte. Rostocks Oberbürgermeister Roland Medling bezog sich noch einmal auf diese Reise. Das Musgard Archäologische Museum, glaube ich, das Maßstäbe für Europa setzt, ist ein architektonisches Meisterwerk mit einem brillanten Inhalt. Rostock in Dänemark Rostock in Dänemark Rostock in Dänemark Rostock in Dänemark